So, hallo zu einem neuen Video von der Essen Motorshow 2019. Wir haben Tag 2 bzw. eigentlich Tag 1, aber Video 2 und jetzt geht es erstmal mit Marius Golf weiter. Ja, hallo. So, bevor wir zum Wesentlichen kommen, kurzer Zwischenstand, wie weit bist du? Es fährt. Es fährt. Na gut, das ist schon mal der Anfang. Wir waren ja damit stehen geblieben, noch vor USA, dass das Ding angerissen wurde. Genau, das hast du mir noch so überlassen. Ich habe dann den diversen Zeilenkram noch nachgelegt. Läuft immer noch? Läuft immer noch. Noch ist noch nicht fest. So, okay. Eigentlich müssten wir nochmal so ein Emu-Video machen. Das machen wir bestimmt, oder? Wenn wir so die ersten Meter ... Wo wir so ein bisschen aufs Display eingehen, ein bisschen aufs Steuergerät eingehen und so weiter. Das ist jetzt hier natürlich die falsche Location, um das Ding anzureißen und so weiter. Wir wollen da ein bisschen Kette machen. Genau, ein bisschen Gas geben. Ich weiß allerdings schon, wo wir das machen. Das machen wir auf jeden Fall direkt nach der Messe. Wir wollten es eigentlich gerne noch davor machen, um euch vor der Messe nochmal ein Fahrvideo zu bringen. Allerdings hat das leider nicht geklappt. Nein. Und wie war das so, dein eigenes Auto beim Starten zu hören, zu sehen, wie auch immer? Schon ziemlich geil. Ist leider ziemlich laut. Bislang scheint das alles gut zu laufen, alles dicht und so weiter. Aber die Lautstärke liegt doch jetzt daran, dass der Auspuff nicht unter dem Auto liegt. Welcher Auspuff? Ja, man könnte den mit Sicherheit noch verlängern, aber es stört mir nicht. Gab es irgendwelche Probleme? Ein paar. Wir hatten noch so ein paar. Das eine oder andere Kabel war dann doch falsch angepinnt. Da mussten wir noch ein bisschen prüfen und so weiter. Und genau, wir hatten ja in dem Video gesagt, mit Elektrikproblemen, ne? Genau. Dass beim Starten das Steuergerät ausging. Auf X-Contact lag, genau. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Also bislang ist jetzt alles in Funktion. Da läuft alles, ne? Man muss dazu sagen, aktuell noch ein bisschen Wassertemperaturproblem. Wird relativ schnell heiß. Da können wir allerdings noch rein gar nichts zu sagen, woran es liegt. Allerdings war schon recht schnell mit dem Leerlauf immer warm, ne? Wir wissen aber halt auch noch nicht, ob der Temperaturfühler vernünftig konfiguriert ist. Oder ob das Steuergerät einfach im falschen Signal hat, ne? Ja, so. Wir waren vor ein paar Wochen bei der Firma Westbrook Performance und haben dort das Getriebe zusammengebaut und ich bin reingebaut. Genau. Und so sind wir an diesen Netten hergekommen. Hallo. Joel. J.B. Motorring. Exakt. Wie man hier auch wunderschön lesen kann. Was hast du uns hier mitgebracht? Das ist, ich sag mal, der erste Untertunnel Shifter für Golf 2, Golf 3 Corrado Geschichten. Funktioniert mit 02A, 02J, 02M, 02Q getrieben. Also eigentlich alles, was so durchgängig verwendet wird für die Umbauten. Und ja, das haben wir dann in Marios Golf implantieren wollen. Ich gräte schon mal zwischen. Also als allererstes, das ist zwar der Shifter, aber hier ist noch so eine coole Mechanik hinten dran. Und ihr könnt alle, wenn ihr das seht, einen ganzen Tag lang hier den Hebel hoch und runter reißen. Das Ding steht hier wirklich nur, dass eher wie die Bekloppten hier dran rumreißen können. Ist auch witzig zu beobachten, weil es reißt tatsächlich jeder dran rum, ne? Also das Lager müsste nach dem Messer auf jeden Fall kaputt sein. Ich denke nicht. So, jetzt kommen wir wieder zum Produkt. Eigentlich war es anders geplant. Wir wollten eigentlich auch dieses Video bei uns machen und ein bisschen mehr zu dem Shifter und so weiter sagen. Weil dieser Shifter ist ja schon im Auto drin. Ja. Weil irgendwie müssen wir schalten. Die Original-Schaltung war raus, weil wir hatten ja eine andere Schaltung eingebaut. Und damit musste dieser Shifter her. Das heißt, dieser Shifter ist jetzt für 0-2-A-Getriebe mit 0-2-J-Schaltung. Genau. Also im Endeffekt ist es ein 0-2-J-Schifter, weil ihr den 0-2-J-Schaltung inklusive Seilen fahrt. Die Shifter sind halt dafür konzipiert, dass die Original-Seile weiterverwendet werden können. Und die 0-2-A-Seile unterscheiden sich halt von den 0-2-J-Seilen. Ja, ja. So, wo du sagst Seile, du sagtest eben gerade schon Unterflur. Das Besondere hier dran ist, dass die Seile im Tunnel laufen. Genau. Und nicht oben drauf. Weil viele setzen den Shifter einfach oben drauf. Dann musst du neue Löcher in die Spritzwand bohren und so weiter. Genau. Ja, das war relativ viel Entwicklungsarbeit. Ich würde sagen, wir sind die ersten weltweit, die das überhaupt rausbringen. Ganz einfach, ich komme aus der 2-A-Golf-Szene und ich wollte schon immer irgendwie sowas haben. Hab dann im Endeffekt auch auf Tunnel gebaut. Bin damit dann halt auch mit der Geschichte durchgestartet. Und ja, jetzt ist das Projekt dann fertig für Untertunnel. Und da hat es dann gepasst, dass Marius dann gesagt hat, können wir machen. Der passt Plug & Play komplett rein. Exakt. Einfach alt raus, neue rein, fertig. Über die Bohrungen, das sind die Originalpunkte. Von unten drunter, original raus, den rein, einstellen. Also, das erste, was schon mal ist, sieht natürlich extrem geil aus. Das war für mich die Hauptsache. Ne, Marius wollte eigentlich nur die orange Knauf haben, alles andere war eigentlich egal. Ne, alleine so diese Phasen, wenn man das frei gefräst ist, nach dem Eloxieren. Man muss dazu sagen, es wird ja erst gefräst, dann eloxiert, dann wieder gefräst. Exakt. Das macht es besonders einfach. Genau. Es ist auf jeden Fall mehr Aufwand, aber ich finde, das wertet das Ganze halt auch nicht sehr auf. Dann das Logo noch reingefräst. Es sind halt so Kleinigkeiten, aber ich finde, das macht das Gesamtpaket dann halt. Ja, definitiv. Was kannst du uns sonst noch so zum Shifter erklären? Es ist ein Shifter, also ich sag mal, wir unterscheiden uns von den anderen Mitbewerbern dadurch, dass wir im Endeffekt Kugellager in allen Achsen verwendet haben. Die anderen Mitbewerber haben da meistens, so was man halt sieht, Gleitlager verwendet. Das war bei mir, ich habe 2016 damit angefangen, war das für mich im Endeffekt wie mit Turbolagern. Also Gleitlager funktioniert, aber gerade trocken und auf Dauer im Renneinsatz. Ja. Deswegen haben wir dann halt gesagt, komm, wir entwickeln da was eigenes mit Kugellagern. Das Ganze ist dann auch geschützt, weil es halt so nur von uns kommt. Ja, ja. Und so ist es dann in unser Leben. Bietest du andere Shifter an für andere Autos? Also ich sag mal, durchweg die ganze VW-Palette. BMW, Audi, also insgesamt der ganze VAG-Konzern. Weil ich kenne diese Shifter-Sache von früher eigentlich noch so. Ich meine, in dem Fall hatte das Auto jetzt ja original auch schon Seile zum Schalten. Gibt aber auch viele Autos, wo man eine Stangenschaltung hat und dann Umwand auf Seile, ne? Ja, da gibt es Golf 1, da habe ich relativ viele Kunden. Da bin ich dann auch hingegangen und habe dann einen Gestänge-Shifter, der auf Gestänge bleibt, entwickelt. Der Plug & Play auch passt, genau wie die Geschichte. Einfach damit man, wenn man, ich sag mal, wie Rallye-GTEs fährt oder seltenere GTEs, dass man das Ganze halt Plug & Play umrüsten kann. Also es gibt tatsächlich auch einen Shifter mit Stange weiterhin. Genau. Ist das dann eine Stange oder zwei? Das ist eine Stange. Genau. Das ist dann wie Serie. Und zusätzlich noch eine zweite Stange, die sich abstützt auf den Shifter oder wirklich nur eine einzige Schaltstange und fertig? Der wird über drei Bohrungen verschraubt, wie Serie auch, ist dann halt auf dem Tunnel, baut dadurch höher, du hast die Mittelzentrierfeder, das ist halt alles und du hast halt viel knackigere Schaltwege. Also original hast du da wirklich gefühlt 22 cm Schaltweg in den ersten und 20 cm in den zweiten. Das ist dann Glückssache da. Je älter es wird, je schlimmer wird es auch. Genau, richtig. Ja, krass. Also optisch auf jeden Fall schon mal eine Eins. Der Aufbau auch auf jeden Fall eine Eins. Ich bin mal gespannt, was morgen hier los ist, wenn es richtig voll wird. Ich habe schon gesagt, eigentlich hättet ihr noch so einen Zähler ranwachen müssen, dass man sehen kann, wie oft das Ding hier gerissen wurde. Ist hier noch mehr in Planung? Weil normalerweise kommt man ja nicht so schnell auf die Idee, wirklich eine Art sequenzielle Schaltung rauszumachen, ne? Ja, das sequenzielle Spiel ist schon länger in Planung. Das ist dann allerdings auch zur Prüfung beim PPMA. Da ist das dann auch so ein bisschen daraus entstanden, dass ich dann gesagt habe, ja, gut, bauen wir das mal in zwei Tagen. Erklär mal einmal kurz, was sequenziell überhaupt heißt. Es gibt ja schon Plächer, die da jetzt gar keine Vorstellung von haben. Genau. Also sequenziell in dem Sinne auf ein Haarschema-Getriebe angepasst. Sprich hochschalten, immer weiter nach hinten ziehen, runterschalten nach vorne. Man könnte das auch umdrehen, das ist dann halt Geschmackssache. Aber im Endeffekt diesen Mechanismus dann so zu bauen, dass der im Prinzip diese lineare Bewegung in ein Haarschema umwandelt. Das ist dann halt die Kunst. Plus, dass es halt funktioniert auf Dauer und sich halt gut anfühlt und präzise schalten lässt. Und ganz wichtig auch sicher ist, dass sich da keiner verschaltet, weil wenn ein falscher Gang dann halt schlecht. Das ist dann, ja, dritter Gang ist dann meistens der Verursacher, wenn der Motor dann auf 10.000 oder plus überdreht, weil du den ersten triffst. Das ist dann meistens… Dann gibt's eine Vollbremsung. Genau. Was denkst du, wann du so weit bist? Wir gehen davon aus, dass es nächstes Jahr so weit sein wird. Aber es ist halt immer… Planung und Realität ist halt immer ein bisschen schwieriger. Gerade weil wir dann… Ich sag mal an den bei mir in der Limo zum Beispiel, da sagen ja auch immer viele, mach einen Shifter rein und so weiter. Einen normalen Shifter, der weiterhin H geschaltet ist wie diesen, das würde ich für auch keinen Fall machen. Für einen Shifter, der wirklich nur vor und zurück ist, da würde ich glaube ich sogar eventuell auch nochmal schwach werden. Das können wir gerne… Der wäre dann auch umgebaut auf Züge? Genau. Seile, Züge, kann man mal sagen. Quasi OEM-Optik, aber dann halt sequenziell gerissen und K-Getriebe geschaltet. Oder heißt es Zugseile? Weiß ich nicht. Sowohl als auch. Für mich auf jeden Fall extrem interessant, dass ich halt am Auto nichts zerstören muss und mir kam es auch zugute, weil genau wenn ich da durchgebohrt hätte, meine Downpipe im Weg wäre. Also das war eigentlich die perfekte Variante für mich. Ach so, die dezente Hunderter. Ja. Dadurch ist es auch, sag ich mal, mit entstanden, weil ich selber auch Turbo fahre seit vier Jahren jetzt. Vier Jahre dazu gebaut habe und diese Problematik, ich habe auch einen Auf-Tunnel-Shifter drin von mir, aber es ist halt schwierig dann die Seile da um die Downpipe plus diese Hitzeentwicklung. So kannst du die dann, sag mal, geschmeidig wie Seerräder dran vorbeiführen und bist halt, sag mal, da schon mal weg von der Krise. Nächster Punkt ist, volle Einschneiber. Genau. Wir haben die Ganganschläge rückwärts, Erster, Fünfter, Sechster. Das ist jetzt aktuell begrenzt, weil da sonst Rüstungsgestänge anschlagen würde. Wie gesagt, zusätzlich die Mittelstellungsfeder, die ist auch gezielt so gewählt, dass wenn es Getriebe gibt, da sind dann auf den Schaltgabeln Plastik-Einsätze, dass die im Endeffekt durch die Federkraft, die dann wirkt, wenn jetzt der Fünfte oder Erste drin ist, weil der Schifter automatisch in die Mitte drückt, dass die dann weiterhin halten. Weil wenn dann da zu viel Federdruck wirkt, schleifen die unnötig ab, beziehungsweise werden dann komplett aufgelöst werden. Weil es dann wirklich dauerhaft unter Vorspannung ist. Genau, richtig. Das ist halt so die Sache. Das ist halt jetzt die Vorspannung, dass wenn du im zweiten bist, blind in den dritten reinhämmern kannst. Ja. Genau so vom vierten dann in den fünften, da merkst du halt dann, dass da irgendwie dir noch irgendwas hilft dabei. Und ja, das war halt dann auch so ein bisschen probieren, 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 Getriebe schrotten damit. Aber es ist halt jetzt so, dass es dann funktioniert. Und das halt auch wirklich lange. Also ich bin das Ding 37.000 Kilometer im Alltag gefahren, jeden Tag im Daily, ohne irgendein Problem. Also absolut. Wie ist das mit der, man kennt ja immer so diese typische Schaltwegsverkürzung. Wie ist das von Schaltwegen her? Die Schaltwege generell, kann man sagen, wir berechnen jeden Shifter für den Einsatzzweck separat. Also es ist jetzt nicht irgendwie, die Stangen sehen zwar generell gleich aus, aber es ist halt jedes Mal dann irgendwo ein Längenunterschied. Damit man halt gezielt sagen kann, okay, es ist jetzt ein 0,2a Getriebe, da sind die Serienwege relativ lang. Da kann man dann natürlich mit anderen Hebeln spielen, um das entsprechend knackiger zu gestalten. Aber da kann man dann halt auch sagen, dass wir an jedem Shifter zwei Bohrungen haben, um diesen vor- und zurückweg dann entsprechend auf den Fahrer anpassen zu können. Ja, okay. Ein bisschen Höhenverstellung dann. Das heißt, wenn Mario das noch länger machen will, kann er auch länger machen. Genau. Bauen wir erstmal um hier morgen, dass die Leute nochmal weiter reißen können. Wir bohren hier selber rein. Noch kürzer. Ist das jetzt ungefähr wie Serie? Weil das fühlt sich immer so kurz an. Das ist jetzt exakt der Schaltweg, den das Getriebe Serie machen würde. Sprich, der Mechanismus ist exakt auf die Serienwerte quasi angelegt. Und das ist dann halt das Ergebnis, was dann dabei rauskäme. Okay. Aber das ist kürzer, oder? Gefühlt würde ich sagen, ist das kürzer als Serie. Als Serie, auf jeden Fall. Also es sind Serie, lass mich nicht lügen, 120 mm von 1 in 2. Da liegen wir hier bei 65 mm. Also schon... Ich glaube bei Lemo habe ich 150 gefühlt. Ja. Du Golf 3 haben wir 200. Du Golf 3, 200. Das ist so ein langer Armer. Weil bei mir ja noch mal verlängert nach oben mehr oder weniger. Ja, dadurch hast du den Weg dann noch mal. Habe ich aber damals mit Absicht gemacht, weil Dockgetriebe H geschaltet. Kriegst du die Gänge dann einfach noch rein. Ja, und es ist natürlich die Gasse, die sind weiter auseinander die Gassen. So, das heißt die Chance sich dann doch mal zu verreißen. Du merkst es dann doch ein bisschen besser, wenn du extrem nach links und extrem nach rechts. Also auf jeden Fall, das ist dann halt die Sicherheitsseite. Ja, geiler Scheiß würde ich sagen. Ich denke mal, hat Marius alles richtig gemacht? Ich hoffe doch. Aber bislang fehlt mir das gut. Danke nochmal. Sehr gerne. Im Praxistest werden wir nachreichen. Den ersten Praxistest können wir hier am nächsten Sonntag liefern. Wie oft das Ding so durchgenüssen wurde. Und ja, ich würde sagen, soviel zum Thema Essen-Motorshow Tag 2. Mal gucken, was wir uns morgen so überlegen. Heute gab es immerhin mal ein bisschen Technik. Schaltung haben wir so mit abgehakt. Und ich würde sagen, schön, dass hier war. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. 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 Ciao.